Human-Centered Design Mensch-zentrierte Gestaltung interaktiver Systeme In diesem Blog betrachten wir Vorgehensweisen nach ISO 9241 für die menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme. In dem Blog lernen Sie die Begriffe in diesem Bereich und Sie sollen in der Lage sein, zu erklären, wie ein menschzentrierter Gestaltungsprozess auf Basis des ISO-Standards 9241-210 zu gestalten ist und Sie sollen die Prinzipien und Aktivitäten, die in diesem Prozess enthalten sind, kennen und erklären können. Wir sehen in der Literatur den Begriff Benutzerzentrierung, User-Centered Design und Menschzentrierung, Human-Centered Design. Auch wenn die Begriffe sehr unterschiedlich klingen, ist es so, dass es eigentlich der gleiche Begriff ist, nur sich über die Zeit gewandelt hat. Früher war eben Benutzerzentriert und mit dem Wechsel hin zu Menschzentriert wollte man dem Rechnung tragen, dass eben der Mensch nicht nur als Benutzer gesehen wird, sondern als Mensch gesehen wird. Wenn wir aber die inhaltlichen Dinge betrachten in den Dokumenten, ist es sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man kann den Begriff über die Zeit eigentlich als austauschbar sehen. Der modernere Begriff ist die Menschzentrierung, also Human-Centered Design. Wenn man jetzt eben an Standards, an DIN-Normen, an ISO-Standards denkt, dann kommen mir zuerst Schrauben in den Sinn. Und ich habe hier ein Buch, das habe ich, wie ich in der Berufsschule war, gehabt, Tabellenbuch, Metall. Und da sind ganz viele Tabellen drin und solche Bücher, das sind für mich eigentlich Standards. Da wird festgeschrieben, wie was auszusehen hat. Also wenn eine Schraube, eine M8er Schraube, die ist genau beschrieben, wie groß das Gewinde ist, wie die Steigung des Gewindes ist. Und der Vorteil von einem Standard ist, egal wer die Schraube fertigt, sie passt in die Mutter rein. Und das ist der Hintergrund, warum Standards gibt. Und die Möglichkeit, was festzuschreiben, dass eben nicht nur einer das bauen kann, sondern dass wir eben Sachen austauschbar bauen können. Dass wir Sachen von einem Hersteller mit Sachen eines anderen Herstellers kombinieren können. Dass wir eine gewisse Sicherheit haben, wenn jemand das entsprechend dem Standard, entsprechend der Norm baut, dass es eben einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Der Standard, den wir hier betrachten für die menschzentrierte Interaktion, ist ein bisschen ein anderer Standard. Der beschäftigt sich mit der Beschreibung eines Prozesses. Also hier wird erklärt, was die Vorgehensweise, was die Aktivitäten sind, um benutzbare Systeme zu erreichen. Nichtsdestotrotz ist es ein Standard, der häufig auch in Pflichtenheften festgeschrieben wird. Dass man eben sich verpflichtet, als Firma sich an diesen Standard zu halten, in der Entwicklung von einem System von User Interfaces. Und deshalb ist es wichtig, den Standard zu kennen, wenn ein Gleicher auch eben nicht so genau beschreiben kann, wie das eben bei Schrauben und Muttern der Fall ist. Wo eben wirklich alles beschrieben ist, damit die Sachen kompatibel sind. Der Standard, den wir betrachten, ist eher prozessorientiert. Und wenn wir uns das anschauen, also ISO 9241, geht es um Ergonomie von Mensch-Maschine-Systemen. Und der Standard hat eine große Anzahl von Teilen. Ich habe jetzt hier mal so einige aufgelistet. Es gibt eine Einleitung dazu. Dann gibt es einen Teil, der beschreibt, was sind die Anforderungen an visuelle Displays. Was sind die Anforderungen an Eingabegeräte, wie zum Beispiel an die Tastatur. Und dann in dem nächsten Block gibt es, was sind Dialogprinzipien. Wie sollen Interfaces fürs World Wide Web aussehen. Und eben auch, wie sollen benutzerzentriert, menschenzentriert Systeme designt und umgesetzt werden. Jetzt ist es so, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik sind Standards, was eine sehr lange Tradition haben. In der Informatik ist es so, dass sehr häufig Firmen quasi Standards schaffen, indem sie ihre Marktmacht nutzen, um eben neue innovative Produkte zu bringen. Und daher ist in der Informatik so der Rückgriff auf Standards, was nicht den hohen Stellenwert hat, wie im Maschinenbau oder in der Elektrotechnik. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir häufig in einem kommerziellen Umfeld uns an Standards halten müssen oder an Standards halten wollen, weil die eben Teil des Vertrags sind. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer reinschauen in den Teil 210, was ist da drin? Der Teil 210 ist in acht Unterpunkte gegliedert und da haben wir einmal, wo definiert wird, um was geht es überhaupt. Dann kommen Begriffsdefinitionen, so wie wir das in der Vorlesung auch gemacht haben. Da haben wir ja auch auf einige dieser Begriffe verwiesen, wie sie dort stehen. Dann kommt eine Rechtfertigung. Warum soll ich denn überhaupt menschenzentriert entwickeln? Warum macht das Sinn? Dann werden die Prinzipien beschrieben, nach denen ein menschenzentriertes Entwicklungsprozess funktioniert. Dann wird beschrieben, wie ich so einen Prozess plane und dann kommen die Aktivitäten, die einzelnen Schritte, die ich durchlaufe in diesem Prozess. Und dann wird noch weiter über die Nachhaltigkeit des Prozesses und eine Zusammenfassung beschrieben. Und wir werden jetzt in einige der Unterpunkte reinschauen und die etwas genauer betrachten. Das Kapitel 3 betrachtet, warum sollte ich denn einen menschenzentrierten Benutzungsprozess anwenden? Und da wird ja im Allgemeinen gesagt, es hat wirtschaftliche und soziale Vorteile, sowohl für den Benutzer wie auch für die Firmen, die damit arbeiten. Und es wird eben auch der Punkt gemacht, dass benutzbare Systeme sowohl technisch wie auch kommerziell erfolgreicher sind. Also eine ähnliche Motivation, die wir auch am Anfang dieser Veranstaltung haben, wo wir sagen, es ist wichtig, menschenzentriert zu entwickeln, weil es eben gut für den Nutzer ist, aber auch gut fürs Geschäft. Und was sind jetzt die einzelnen Punkte? Und da sehen Sie, das sind auch Dinge, die wir in der Motivation für die Veranstaltung beschrieben haben. Wir wollen Produktivität erhöhen durch bessere Systeme. Wir wollen Systeme machen, wo Leute weniger Training brauchen. Das heißt, Leute verwenden das System und brauchen keine lange Schulung, sondern verstehen sofort, wie es geht, weil es einfach zu verstehen ist. Wir können Systeme bauen, die Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten unterstützen. Wir wollen Systeme, die den Stress am Arbeitsplatz bei der Nutzung reduzieren. Und am Ende, aus einer kommerziellen Sicht, wir möchten einen Vorteil für das Unternehmen, das die Software einsetzt, also gegenüber der Konkurrenz eben besser zu sein. Das heißt, hier haben wir eine ganze Menge an Gründen, warum es denn sinnvoll ist, menschenzentriert zu entwickeln, die hier im Standard in dem Kapitel 3 sind. Im vierten Kapitel werden Prinzipien für den menschenzentrierten Entwicklungsansatz beschrieben. Als erstes haben wir, dass das Design darauf basiert, dass wir explizit verstehen, wer die Benutzer sind, was die Aufgaben sind und was unsere Umgebung ist, in der das System funktionieren soll. Der zweite Punkt ist, dass wir die Benutzer in den Entwicklungsprozess integrieren, also dass wir Benutzer befragen, dass wir mit Benutzern Tests durchführen, dass wir durch den gesamten Ablauf der Entwicklung uns mit den Benutzern des Systems austauschen, also die Menschen, die hinterher mit dem System arbeiten werden. Und ein weiteres Prinzip ist, dass wir benutzerzentriert evaluieren und dadurch Verbesserungen ins System bringen. Das heißt, durch das, dass wir mit den Benutzern kommunizieren, verstehen wir, was wir besser machen können und das machen wir dann auch besser in einer neuen Iteration. Und das ist das vierte Prinzip, dass es eben ein iterativer Prozess ist, in dem Wissen einfließt, was wir lernen durch die Evaluierung, durch das, dass wir Benutzer involvieren. Und ein Prinzip, das es dann auf einer höheren Ebene betrachtet, wir denken nicht nur an das Interface, nicht nur an den Button, sondern wir denken an die ganze Experience. Was ist die Benutzererfahrung, die Erfahrung für den Menschen mit dem System, das wir designen. Und am Ende ist es so, dass das nicht einer allein, dass es nicht der Programmierer macht, nicht der Information Architekt, sondern dass wir davon ausgehen, dass es ein multidisziplinäres Team ist, das sich damit beschäftigt, das eben Wissen über die Psychologie, über das Design, über die Implementierung, über die technische Umsetzung hat. Und diese Prinzipien sind zentral für den Entwicklungsprozess. Im Kapitel 6 werden jetzt Aktivitäten beschrieben. Was sind die grundlegenden Aktivitäten? Was ist der Kern, wenn wir den Prozess betrachten? Und da ist als erster Punkt, wir müssen den Nutzungskontext verstehen und spezifizieren. Das heißt, wir schauen, was ist der Nutzungskontext und beschreiben den. Also was sind die Aufgaben? Mit welchen Objekten haben die Menschen zu tun? Was wird denn da gemacht? Also ich verstehe den Kontext. Der zweite Teil ist, ich spezifiziere die Anforderungen, die durch die Benutzer in dem Umfeld kommen. Welchen Anforderungen muss das System gerecht werden? Und im nächsten kommt schon die Produktion von Lösungen. Also das heißt, ich baue Lösungen und solche Lösungen können am Anfang Papierprototypen sein, können Mockups sein, es können Wireframes sein und später können es eben Implementierungen sein. Das heißt, ich kreiere Produkte, die eine Lösung zu den gefragten Anforderungen darstellen. Und die letzte Aktivität, die benannt wird, ist die Evaluierung. Das heißt, ich überprüfe, inwiefern meine Lösung, die ich gebaut habe, die Anforderungen im Kontext der Benutzung erfüllt. Und daraus lerne ich eben, was ich wieder verbessern kann. Das heißt, ich evaluiere. Und jetzt haben wir die vier Aktivitäten und die hängen zyklisch zusammen. Und da gibt es im Standard diese Zeichnung. Das heißt, wir fangen an und planen einen menschzentrierten Entwicklungsansatz. Dann gehen wir hin, verstehen den Kontext. Wenn wir den Kontext verstanden haben und spezifiziert, gehen wir weiter. Wir verstehen die Anforderungen durch den Benutzer, durch die Organisation. Wenn wir sowohl Kontext wie Nutzer und Organisation verstanden haben, gehen wir her und dann bauen wir eine Lösung. Wir machen ein Design, was diesen Anforderungen entspricht. Wenn wir das Design haben, evaluieren wir das. Und wie evaluieren wir es? Wir vergleichen es natürlich mit den Anforderungen, die wir haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, entweder wir sind fertig, das heißt, unsere Lösung, die wir haben, erfüllt alle Anforderungen. Und damit sind wir fertig. Das ist typischerweise nicht in der ersten Iteration, sondern in einer wesentlich späteren. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Und jetzt können wir entweder sagen, naja, wir gehen nochmal den ganzen Zyklus durch. Wir versuchen nochmal genauer zu verstehen, wie der Nutzungskontext ist. Und wir verstehen nochmal genauer, wie die Anforderungen der Benutzer sind. Und dann machen wir nochmal ein Design. Wir können aber auch, insbesondere in späteren Zyklen, Abkürzungen nehmen. Das heißt, wir sagen, naja, den Kontext der Benutzung, den haben wir komplett verstanden. Wir haben auch die Anforderungen der Benutzer verstanden. Aber wir müssen das Design noch verändern. Das wäre der kleinste Zyklus. Und das wird, ja, iterativ durchlaufen, bis eben dann der Punkt erreicht ist, an dem die Lösung eine valide Lösung für die Anforderungen darstellt. Wenn wir uns das so betrachten, kommt die Frage, wie gut passt das mit Softwareentwicklungsprozessen zusammen. Und, ja, vielleicht hatten Sie schon mal sich damit beschäftigt, welche Softwareentwicklungsprozesse das es gibt. Es gibt eben so einen klassischen, sozusagen wie alte Prozessen, sogenannter Wasserfall- und Wasserfallmodell. Das heißt, ich habe Anforderungen, ich habe ein Design, ich habe eine Implementierung, ich habe eine Verifikation. Und dann am Ende ist es im Betrieb und ich mache nur noch die Wartung. Das funktioniert für bestimmte Dinge, häufig in der Realität aber sehr schwierig, weil natürlich das nicht so, ja, einfach schrittweise verläuft. Was wir heute häufig sehen, sind sogenannte agile Prozesse. Das heißt, wir haben auch wieder solche zyklischen Prozesse, wo eben Design, Implementierung, Test, Evaluierung, Anforderungsanalyse sich zyklisch verhält. Und jetzt ist meine Frage, überlegen Sie, ja, wie der in ISO 9241, 210 definierte Prozess in den Softwareentwicklungsprozess passt. Welcher Softwareprozess passt denn besser zu diesem Standard? Wenn Sie sich das anschauen, ist es relativ offensichtlich, dass natürlich in agilen Methoden es einfacher ist, diesen Prozess umzusetzen. Wenn wir es jetzt nochmal betrachten, den Entwicklungsprozess und wie in der Realität implementiert ist, was wir dann manchmal sehen ist, dass man versucht, den Konzept- und Interaktionsdesignprozess von der technischen Realisierung zu trennen. Das geht in bestimmten Bereichen und man spricht dann eben von schnellen Iterationen im Konzept und Interaktionsdesign, wo man eben an einem Tag eine ganze Menge an Iterationen hat. Und die Idee ist, ich kann da ein relativ schnell ein Konzept entwickeln, das schon sehr stabil ist. Und wenn ich ein stabiles Konzept habe, dann kann ich anfangen, eine technische Analyse zu machen, eine technische Spezifikation und diese zu implementieren. Und da ist dann eben auch so, dass man dann vielleicht da wesentlich weniger Iterationen braucht und die natürlich auch teurer sind. Die Iterationen in der Konzeptentwicklung sind relativ billig und schnell. Im technischen ist es eben so, dass da ein wesentlich höherer Aufwand. Deshalb kann es sinnvoll sein, dass man die beiden Sachen trennt, dass man eben bevor man mit der technischen Implementierung anfängt, ein solides, stabiles Konzept und Interaktionsdesign hat. Und da hat der Nutzer immer recht. Was sind die Probleme von einem benutzerzentrierten Ansatz? Was wir hier sehen, ist, dass es nicht ganz einfach ist, zu sagen, naja, wir machen das benutzerzentriert, wir zentrieren das auf den Menschen und dann wird es schon recht. Manchmal sind die Menschen in dem Entwicklungsprozess nicht unbedingt ehrlich mit dem, was sie von dem neuen System wollen. Wir haben Fälle, wo die Benutzer Nachteile erwarten von einem neuen System. Das heißt, bis hin zu dem Punkt, dass sie das Gefühl haben, naja, wenn das neue System kommt, dann verliert die Hälfte von uns den Job. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, einen nutzerzentrierten Prozess manchmal durchzuführen, insbesondere in einem Umfeld, wo eben eine höhere Automatisierung erreicht werden soll, wo eben stärker auch rationalisiert wird. Wenn Sie unterschiedliche Benutzer fragen, gibt es auch oft den Fall, dass Benutzer es eben sehr unterschiedlich sehen, dass nicht alle Benutzer das gleich sehen. Und dann ist es eben wichtig zu bewerten, welche Sachen wichtiger sind, die Sachen zu priorisieren. In manchen Fällen haben die Nutzer des Systems häufig durch das vorige System, was sie benutzt haben, auch eine ganz falsche Vorstellung, was eigentlich in dem System passiert. Und das in das Design mit einzubringen, ist eben wichtig zu verstehen, welche Aussagen der Benutzer vielleicht auf dem vorigen System oder auf Prozessen, die dann vielleicht auch umgestellt werden, passieren. Und der letzte von den Punkten ist natürlich sehr ähnlich wie der erste. Ganz häufig ist es so, dass Benutzer, die sich an ein System gewöhnt haben, nicht möchten, dass dieses System geändert wird, weil natürlich die Sorge ist, dass ein neues System wieder einen höheren Lernaufwand, einen höheren Aufwand für die Nutzer bedeutet. Und wenn wir jetzt in ein Umfeld schauen, in einem Firmenumfeld, in einem wirtschaftlichen Umfeld, ist es eben häufig so, dass es Ziele des Unternehmens gibt, die mit der Software erreicht werden sollen. Ganz häufig Rationalisierung, mehr Effizienz. Und dass die nicht unbedingt mit dem einhergehen, wenn ich es optimal für den Benutzer designe. Und das geht bis hin zu der ethischen Frage, für wen designe ich? Ich designe ich für den Auftraggeber, der sagt, ich möchte eine höhere Effizienz, oder designe ich für den Mitarbeiter, der am Ende das System nutzt. Und da ist es eben so, es gibt Trade-offs. Und was wichtig ist, dass man die eben wirklich explizit macht und dann eben sich auf die Seite des Nutzers stellt, aber gleichzeitig auch argumentiert, warum eben im Großen und Ganzen für den Menschen zu designen die bessere Lösung ist, wie nur auf Effizienz zu achten. In dem Standard wird auch noch angesprochen, dass es eben multidisziplinär ist, dass wir Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringen, um ein Produkt zu haben. Und häufig ist es, dass Leute aus dem Design, aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der Informatik, aus dem Marketing, aus der Verwaltung zusammen sind, um ein Produkt zu machen. Und die haben durchaus unterschiedliche Ziele. Typischerweise haben natürlich alle das Ziel, ein super Produkt zu machen. Aber auf dem Niveau, wie sieht jetzt das Design aus, oder was muss das können, was muss es nicht können, gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Und das ist sehr schwierig, das zusammenzubringen. Und häufig ist es auch so, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Fächern nicht ganz einfach ist, weil natürlich Leute im Design auf andere Dinge Wert legen, wie Leute, die eine Implementierung machen, Leute im Marketing wieder auf andere Sachen Wert legen. Und häufig sind selbst die Begriffe, die verwendet werden, nicht die gleichen, weil sie eben aus der Perspektive eines Fachs betrachtet werden. Und es ist zentral, wenn man Benutzungsschnittstellen baut, wenn man interaktive Systeme baut, im interdisziplinären Team zu arbeiten. Und das ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und da gehört sehr viel Zuhören dazu. Aber es ist eben auch etwas, was man üben muss, mit Leuten aus anderen Fächern zusammenzuarbeiten. Abschließend sind hier noch einige Fragen zu dem Block, insbesondere zu dem Standard. Schauen Sie, ob Sie die beantworten können. Und als Referenz haben wir hier eben den Standard und insbesondere den Teil 210, der auch hier, wo die Titelseite abgebildet ist, der menschenzentrierte Entwicklungsprozess für interaktive Systeme. Und damit bin ich am Ende von dem Block und bedanke mich bei Ihnen. Und damit bin ich am Ende von Rolex. Vielen Dank.